hallo hallo und herzlich willkommen zurück mit tdt mit dem oder hallo dem niklas hallo dem wann war der jetzt trader wird dem trader also so und dem drummer also hallo nee drummer äh nicht drummer wann war ist immer in der ersten runde das ist bei uns ne regel also exitkos nicht kos nur wenn andy da ist ach ist jetzt immer drauf gejoint ich kann ja aber der wird wahrscheinlich nicht drauf join nehmen diese ehre gerne entgegen was für eine ehre andere zu killen bitte was dann muss dabei ist an die fragen ich habe schriftlich ich darf das was also nicht verboten also ich würde aber trotzdem in den ich gehe mal versuchen jeden prop zu killen verstehst du wann war mein hübscher komm hier so just for fun kannst du was machen wann war er ist ein netter ist ein netter exe hey was war ja exe ist exe ist hat hier mein kloch ich bin nicht wann war er ist bitte was mutter war aber oder naja ich war war Und jetzt war Niklas drinnen. Ey! Oh, sorry. Ach, was ist denn das? Weicht ihr den Taub? Ich hab gesagt, er hat sich disguised als mich. Ja, wir haben ihn. Aber das ist ihm aufgefallen, weil es wegen dem verpackten Skins so lang gedauert hat. Wir haben zwei? Wieso nur zwei? Nein, wir haben einen aber extra... Einen Trailer! Nein, er hat sich als mich verkleidet und das hab ich gesagt. Ach, ja, das Problem ist wie gesagt der verpackte Skin gewesen. Er hat sich in dem Moment umgedreht. Sonst wär's, äh, sonst hat's geklappt. Ach so, das hab ich nicht gehört. Der verpackte Skin, das hat so ein bisschen gedauert. Hast du mal gemerkt, dass du's nicht gehört hattest? Ich hab, ich hab so, ich hab so Alex, äh, ich bin's. Ich hab so, nein, ich bin's nicht. Hat keiner mitbekommen. Warum auch immer. Obwohl sogar welche drauf reagiert haben. Vor allem, wenn ich nicht mehr Bubble, heißt das auch schon was, ne? Hm. Er ruft zurück. Du als Bubble-Keks. Ja, ich nenn mich jetzt so um Bubble-Keks. Ah gut, hier ist eigentlich ne gute Map zum Identität-Clone, also... Gut zu wissen. Ja. Ah, schön. Doch, das ist immer gut. Welch lohnt sich da? Aua! Ich hab's nicht mehr geworfen, dass ich voll weggeflogen ist, dann Ohna abgeprallt. Ja, du hast ein Damage gemacht. Ich hab den nicht mehr absichtlich damit gemacht. Ich hab's in die Hand genommen, ist dann Ohna abgeprallt und dann war ich nicht geflogen. Ja komm, lüg doch, ich verklag dich. Ohna hat's gesehen, oder? Lüg doch, lüg doch, lüg doch. Anzeige ist raus. Nein, ich hab's nicht gesehen. Lass dir raus, Junge. Warte, du musst aber noch vorher sagen. Was? Danke, mir geht's gut. Ey! Du hast mich geschlagen. Ich hätte dich doch abschießen können. Wow! Was hab ich denn gemacht? Ich hab 99 Leben, wenn du mich... Wow, deswegen schlägst du mich ein, weil das ist keine Relation. Ist mir egal. Ich hab schon sehr oft mit einem HP bei Counter-Track überlebt, also... Das macht doch keinen Unterschied. Doch. Ich nicht. Ich hab dich nicht getroffen. Wie gesagt, ich hab immer noch 19 Schaden bei dir offen. Ne egal. Wenn du herkommst, schieße ich mit meiner Double Curl. Das ist Random Kill. Das weißt du schon. Ich darf mich überall auf dem Appen stehlen, wo ich will. Es sei denn, es ist Privatgrundstück. Hier schlägt man ab, wer hier hoch ist. Was ist denn da passiert? Wir hatten jetzt den Traitor-Tester angezündet. Wow! Ach du Aua! Traitor-Tester, wir spielen ohne Traitor-Tester. Ja, aber der ist trotzdem angezünd... Ach du Aua! Besser aus. Ach du war mal das Tor. Wie ist der... Ach stimmt. Ich könnte mal nachgucken. Wo ist der gestorben? Vom Leuchtturm mit einer Sword-Off. Ist der eine Sword-Offs hier? Was hast du für eine Waffe? Ona? Double Barrel. Double Barrel? Ist das wirklich eine Sword-Off gewesen? Ja, ja. Steht hier. Killed by Sword-Off. Geh, fick drauf. Killed by Sword-Off. Was hast du für eine? Oh scheiße! Oh! Ich war ohne Tester. Ich war ohne Tester. Das weißt du schon. Ah, der wäre auf mich gerichtet. Niklas ist es. Niklas ist es. Wenn der auf dich geschossen wurde, Wanwar. Exo ist nicht. Exo ist nicht. Alter ist hier beim Leuchtturm und ich habe ja gerade gesagt, ich war bei der Leuchtturm. So weißt du schon. Ach, das bist du? Okay. Was? Ist nicht? Achso, ich dachte Wanwar ist tot. Ne, Wanwar hat überlebt. Ne, Wanwar hat überlebt. Ne, da ist nochmal die Tester. Ich bin ohne Tester. Das haben wir aber schon beim letzten Mal gesagt. Niklas hat den da aufgeschossen. Das heißt, wir müssen bedenken also, wo ist, wovon er hätte schließen. Auf mich ist ne Ingen-Direct geworfen worden. Ich war's nicht. Wo ist denn der da, wo der vom Turm fliegt? Irgendwas. Wann mal bist du rum? Ne. Das ist Niklas. Ach du Scheiße, der hat nen Molly-Turm auf mich geworfen. Niklas, das ist wirklich. Jo. Alter. Ich werd sterben. Was ist das? Ich werd verbrennen. Was ist das für ein Scheiß? Ich weiß es nicht, was das ist. Aua. Ach, das ist, das ist hier, der hat ähm. Molly. Ne, nicht Molly. Wie heißt denn nochmal diese Feuermagie? Violation. Ja, genau. Das ist echt gut auf der Karte. Oh. Regeln wir das mit echten Männern. Na komm her, Boxkampf. Ne, ich such mir was anderes. Auch ne andere Beschäftigung in meinem Leben. Ach, du bist herz. Bleib nix higher, but, und gib mich. Hast du gerade Wasser aufgemacht? Oh, warte mal. Ich hab das Gefühl, die Waffe reicht nicht. Mann, Boxkampf. Hast du ernsthaft gesagt? Hast du gerade Wasser aufgemacht? Das klang so. Wenn du... Ich glaub, du willst jetzt nicht hören, was ich gerade gemacht hab. Hast gefurrt. Ich hab grad genießt. Ach, das war Nieser? Nicht genieß, ich hab äh Taschentuch. Und dann reingeschnäuft. Au. Ach komm schon, Niklas. Du bist gestorben, Niklas. Und warte mal, frag erst mal eins. Da hast du gerade einen faster Kopf. Ey, ich wollte den Teleporter grad testen. Wie benutzt man den gescheit? Teleport? Du musst ja auch irgendwo Teleport setzen, weil du wohin teleportieren kannst. Ja, das hab ich dann auch verstanden. Ich hab mich ein paar Mal in mich selbst teleportiert. Oh, wow. Blau. EGWP. Ich hab gedacht, man kann's über die ganze Map einfach teleporten. Über die ganze Map, ähm, ja. Ja, Entschuldigung. Ich will jetzt an, wo die Nachte XYZ landen. Ja. Na, ich hab gedacht, man macht einfach Rechtsklick auf die Maus wie bei dem Friendship Beam, hab ich gedacht. Ach so. Das wär aber auch normal. Dann würdest du plötzlich irgendwo... irgendwo in ner Pampa landen. Ja. 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 Ja, find ich gut. Wenn er den Teleporter benutzt, ist er... hat er auch verdient. Hier mit ner Pampa zu landen. Ja. Ja, Entschuldigung. Ich wollte mal testen. Viele schöne Items, die ich noch nicht getestet hab. Zum Beispiel dieses übertriebene Feuerball-Ding da. Was für Feuerball? Übertrieben ist es auch nicht. Feuermagee. Ach so. Ja, das hat irgendwie so voll die komische Flugbahn deswegen. Ach, das ist wieder Oona. Immer wenn jemand da oben ist, ist es Oona. Nee, das hat so ne Ballistische. Ja, und Drummer hat ne Sword-Off, ne? Ja, und Drummer hat ne Sword-Off, ne? Rex, eh? Ja? Ja, nicht. Kommst du hoch? Drummer, ich trau deiner Sword-Off nicht. Wow, super gespürt! Ja! Das war nice. Wir spielen ohne Tester. Ich weiß. Du musst das Gold-Ding gar nicht holen. Ich weiß, wir spielen ohne Tester. Aber wir spielen mit B-Tester. Was ist B-Tester? B-Tester. B-Tester. Fallout, Skyrim. Ach, Mann, waaah. Yeah! Ich bin lieb! Siehst du? Oh, jetzt ist YouTube, Oona. Ich hab ein bisschen Niko. Au, au. Wie kann man... Okay, ein T-T. Bin mir nicht sicher, ob du den da zwingen vermissen kannst. Aber ansonsten, ja. Boah. Ähm. Ach, man muss das wieder öffnen oder so. Hä? Äh? Ach, das ist der Traitor-Tester hier. Äh! Oh. Au. Lol. Lol, Niklas. Lol. Hast du ihn gekillt? Wann war es es? Ey! Ich war im Shop! Echse! Ja! Ja! Diegel! Bordewin! Ich lese keine Bedienungsanleitung, also auch keine Schilder, die da stehen. Oh, doch. Siehst du, Oona, ich bin besser geworden mit der Diegel. Ich hab einfach die Hebel ausgetestet und geguckt, wie ich dich befreien kann. So wurdest du auch freien. Scheiße, ob Shotgun wann war. Diegel ist die neue Shotgun. Ja, ich hätte den Kampf gewonnen, wenn ich nicht gerade im Shop-Cup wäre. Du hättest dich mit der Shotgun locker wegmachen können. Wieso hast du das nicht hingekriegt? Ey, ich war ja im Shop vorher. Ich hab's ja sogar noch angesprochen. Ja, aber du hattest irgendwie 10 Sekunden Zeit, mich mit der Shotgun zu erschießen. Jaja, und 5 Sekunden von den 10 war ich bestimmt im Shop. Nee, 5 Sekunden warst du nicht im Shop. Stopping Queen! Ja doch, ich hab... Ich sag's nur noch, wann war, wann war, ist es, gehst du schon runter, musst du auch wissen, dass ich hinter dir bin. Jaaaa... Jaaaa... Ich dachte, du findest den Weg nicht. Ich stand direkt hinter dir im Haus im Obergeschoss. Ohna war ne Zeit lang hinterm Haus, kann sein. Ich hab sogar noch oben confirmed, wann war. Das hast du auch nicht mitbekommen. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich ja nur zum Einkaufen hingegangen. Zum Einkaufen, du bist wie gesagt ein Shopping Queen. Ja, also das war wahr. Gino Maria Kretschmer, gib mir 10 Punkte. Er will hochkommen! Nee, ich hab hier schon hochheim. Da muss ich nicht hochkommen. Nicht? Okay. Ey, wer ist der jetzt? Wer ist der hinten? Drummer? Ich vermisse die Autowitze von Nico. Ey! Oh, oh, oh! Soll ich mal was sagen? Wisst ihr, was der Hammer ist? Oh Gott! Ein Werkzeug! Ein Werkzeug, jaaaa! Boah, wie toll! Der war scheiße, wann war! Nee, der war richtig gut! Der war richtig gut! Wenn du mal einen Hammer haben willst, komm mal zu mir! Ja! Ja! Und dann sagst du was? Nee komm einfach mal zu mir, du weißt schon, wo ich bin! Ich bin in Richtung gehört, hast du einfach mal die Leiter hochkommend! Naja sofort! Wer ist der hinter mir? Was willst du mit dem... Gлавa? Nee, Niklas ist das! Hallo, wenn ich sterbe, ist Niklas! Glaub mal, komm mal hoch! Heb jetzt wenn du weißt, dass heißt... planzt was wenn man zielt mit deiner waffe ist man schnell Bzejetz OH MY GOD WOOOOありがとうございます Das eu даже nicht mitgetötet Haha Oh Niklas du wirst den molly direkt in uns beide rein und du hast es zur Aktion schon wieder Ich wollte eigentlich zurück Dann hättest du mich vielleicht nicht getrunken der hätte sich vielleicht vielleicht aber auch doch vielleicht aber auch mal ein neuer wie gesagt vielleicht aber auch lukas bodolski oder was jetzt ich bin ich bin ja naturwissenschaftler ja wenn ich euch jetzt ein brot machen ist das dann eigentlich wissenschaftlich belegt für den echt lustig an weiß trader bayern hat ein tor gemacht ich kann ja ein tor browser nutzen ich habe 50 schaden ich verfolge jetzt die ganze zeit den trader ich habe jetzt die ganze zeit wann war verfolgt mich jemand als ob ich der trader werde ich hab 50 schaden zugefügt extra ich bin dein schatten ich hab dir keine 50 schaden zugefügt ich weiß noch wo der kacke gelandet ist stand da auf jeden fall nicht mehr aber auf jeden fall bist du ein trader weil du nicht geschockt hast ich hab 50 schaden gekriegt entweder von dir oder von sonst was das heißt rache ich hab keine ahnung wo es mein kacke gelandet ist ich glaub ich hab's da hinten irgendwo runtergeschmissen oder so kann sein dass du da reingelaufen bist keine ahnung ist mir auch egal ist mir egal wieso wird sich nicht mehr ich verspreche und dann schürfst du vielleicht okay was wann war du hast doch diese sprach buzzer oder das warst du oder ja 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 kannst du mal bitte diesen ist mir egal song da rein machen hab ich nicht ich kann nicht bei youtube öffnen aber das wird's aufpassen sonst kriegt dir gleich eine taube oh aufpassen aufpassen weg hier weg hier sonst bringt der mit dem flopper runter ich kann also nicht tief was machen aber ich hab nix mit ist mir egal leider aber ich mach nicht rein dann kriegt der mit dem flopper runter oder geht das nicht doch 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 aber das krieg ich heute nicht mehr hin ach man ja dann mach's morgen dann ist mir egal ja ich weiß aber du weißt doch was man heute kann besorgen das verschiebe stets auf morgen ob man ja nicht nach dem mottory vor ja fair tous ja ja ich habe sogar noch gesagt nicht alle Vincent ja das ist ja das lustige wieso sind die anderen beiden da auch hochgegangen, ich hab doch gesagt, nicht alle beieinander, sonst kommt dir gleich die Taube. Ich wusste innerlich schon so lachen, als ich das gehört hab. Wann ja? Du hast geplant das, oder? Ja, weißt du, ich hab die Taube gehabt, gerade gekauft, dann sagst du das nur. Ja, ich hab's mir doch extra gesagt. Ich, ich, oder war die Einzige, oder bin mir als Einzige auch gestorben. Ach, maaann. Ach, schön. Fand ich auch, ich hab nämlich die Taube überlegt. Du standest hinter mir, glaub ich, ne? Ja, aber ich hatte nur noch 50 Taube. Ach, sind jetzt alle durch die Taube gestorben? Ja, drei Stück, glaub ich, und Drummer halt erschossen. Ach, Drummer ist erschossen, ja gut. Alte Leute, hört das nächste Mal auf Exe. Rache. Wann war Rache? An wen? Hey, du kannst dich an Drummer rächen. An Drummer. Ähm, wenn ich wüsste, wo Drummer ist. Sex ist tot. Bendete, bendete. Ja, ja, durch Drummer, durch Drummer. Alles andere ist auch hier nicht logisch nachvollziehen. Oh, da ist der Drummer. Nein, nein, fall runter. Äh, ach. Ach, Drummer, wieso hast du beim zweiten Deagl, wenn zwei Deagl, oder beim zweiten Deagl Schuss, hast du keinen Schaden mehr bekommen, leider. Ich hab's sogar zwei weggemacht, ist ja lustig. Ihr habt ja beim ersten Mal mit der Deagl an den Blick gegeben, da hast du, glaub ich, so 20 Schaden oder so bekommen. Nö, ne, ich hatte nur noch 950 HP oder so. Ach, 59 nur noch. Ja, toll, ich bin in Lava gespawnt. Ja, ich hab's gesehen. Ja, bin ich vorher auch. Blöde ist, wenn du dann zwei Mal mit dem Netter spawnen, das ist echt kacke. Stell vor, das kommt zwei Mal in Lava. Ja, dann kann man nochmal in Lava spawnen? Das ist auch möglich, glaube ich. Die Chance ist da gering, aber wenn das passiert, ist kacke. Ich meine, wäre echt, wenn du Traitor bist oder so, ne? Ja, das wäre echt scheiße, wenn das wirklich passieren würde. Selber ohne Traitor-Spots, zwei Mal in Lava. Aber man kann's überleben, wenn du ganz schön aus Lava rausspringst. Ja, ja. Kannst du ein HP überleben. Aber die Sprünge sind an sich nicht schwer in der Öle. Im Netzer, das geht tatsächlich. Nee, die gehen alle. So, was bringt eigentlich das A? Oh, ich bin nicht in der Ölungsfront, das gut. Stein. Was für ein Stein? Ja, hier, ähm, Lehm. Ich lebe noch. Dings da, den man in der Hölle findet. Hallo, Drummer. Ich komm ja nicht von alleine runter, was soll denn jetzt? Andere Frage, was macht dieser, dieser Block? Ja, den hab ich gerade aufgesammelt, das war ja meine Frage, aber irgendwie... Eigentlich macht der gar nichts. Wow! Wer schießt gerade? Ich bring den nämlich gerade unten. Was war denn der Double Barrel? Alter. Die hätten mir aber das Trommelfell weggehauen. Wieso hat sich eigentlich nie jemanden... Ey, die Digits unten, hast du das nicht früher immer gemacht? Ohne? Wie viel Runden hab ich noch wann war? Ähm, zwei derzeit, würd ich sagen. Je nachdem, wie lang die natürlich gehen. Excel. Wow. Ja. Excel ist es? Was? Ich bin gar direkt neben dir, Drummer. Ich bin gar direkt neben dir, Drummer. Ich bin gar nicht auf die Leute neben dir. Ohne ist auch nicht neben mir. Ich bin gar nicht auf die Leute neben dir. Aber auf, Tim. Ich darf nur meinen Cuts in die anderen nehmen. Naja. Oh nein, läuft da unten lang. Äh? Ja, du hast die Dingeln schon weggenommen. Was? Weggenommen. Diegel. Ja, wow, ich geh auch immer da hin. Da sind zwei Diegel, das weißt du schon. Ja, die hab ich eh gestohlen. So, wir fliegen schon Munitionskisten durch die Gegend. Das war ein Minecraft. Oh, ja, oder so. Jetzt haben wir eine relativ große Munitionskiste. Ja, natürlich Artilleriefeuer, gell. Willst du denn hin? What? Ach, du bist einmal da rumgelaufen. Ich würde dich halt runter schubsen. Toll. So, hier ist ein Dingsstein, ein Zügelstein. Kann man damit jemanden erschlagen? Ja, wir haben uns schon gefragt, was man damit machen kann. Aber niemand hat eine Lösung. Feuer bauen, wir sind doch hier dabei manchmal. Stimmt. So, lass uns Feuer bauen. Ja, es gibt aber nur einen. Das ist, das ist halt egal. Das ist der Karte. Wir paaren den mit so einem Diamantflot. Wir paaren den. Wir paaren den? Warte, für paaren den hab ich einen Button. Wir paaren, hat irgendjemand gesagt. Nee, wir machen. Oh, nein. Wann mal. Wann mal. Ich hab verfasst hier den Zitzenzun Button. Wir paaren jetzt einfach diesen, äh. Den einen Block mit dem anderen Block hier und dann haben wir einen anderen Block vergangenen. Und dann haben wir einen anderen Block vergangenen. Und dann haben wir einen anderen Block vergangenen. Aber schon, haben wir schon drei Blöcke und dann können wir schon eine Stufe bauen. Okay, das könnte eine Fucker gewesen sein, vielleicht. Aber ich glaub nicht, dass der hier an einer Fucker gestorben ist. Ich kenn den ganzen Funktext gar nicht. Jetzt bist du dran. Jetzt die Frauenstimme von wann? Meine Frauenstimme? Ja, dann musst du mein Let's Play, äh, hier, Karaoke-Party angucken. Ernsthaft? Hast du sowas Schlimmes getan? Ja, hab ich als Hinderdauer-Special. Und du fängst dich nicht? Hast My Heart Will Go On gesungen? Ja. Nein! Ah! Das musst du ja antun. Ah! Aua! Ich hab's mir extra nicht angefahren. Ander. Falls wir uns irgendjemand mal auf ne Gamescom sehen oder so, dann wirst du die Rache spüren. Für diese Vergewaltigung, für die Menschheit. Schonde. Ja. Aber Krankenwagen kommt auch schon. Krankenwagen? Ja. Bist du der einzigste, der noch lebt? Äh, neben dir, denk ich mal. Hm, schön. Heißt, du müsstest eventuell der Tra- 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 Traitor sein, sowieso. Vielleicht. Sagte der Traitor, ja. Hm. Deine Man-Hacks machen mich übrigens auch nicht tot. Nicht auf Andi. Dann lebt der Traitor noch und wir sind zwei unschuldige Infos. Aua! 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 Ach du Scheiße! Was ziehen die denn? Aua! Aua! Wann kommt eigentlich Boom wieder? Aua! Aua! Das weiß ich nicht. No one knows. Hab ich da fürn Button leer? Hab ich nicht. Aua! Aua! Jetzt mach bitte den Ist-Mir-Egal-Sorgerei. Jetzt! Aua! Ach du Scheiße! Aua! Das ist knapp. Aua! Nein, 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 nein! Aua! 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 Was tut ihr da? Aua! 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 Mir wird langweilig. Aua! 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 Aber das war zu genial wie du da so das Feuer von oben auf Wanva geschossen hast. Aua! Aber ich muss noch nicht sagen, dass ich das war. Ich hätte ihn nicht gefunden. Es hört einfach keiner zu. Drama gefunden. Es hört niemand zu. Ja, ich hab halt ganz Sachen wie gesagt, Oh na. In der Zwischenzeit unterhalten sich Niklas und Wanva und kriegen gar nichts mit. Äh, letzte Runde jetzt, oder Wanva? Ja, ja, ja. Wanva? Ja. Kennst du eigentlich schon die schöne Webseite Program? Ähm, nein. Aber ohne dass ich mich gefüllt war es eine Taube? Ja, in Let's Play auf jeden Fall. Wie bitte? Hast du einen Taube auf mich geschossen? Nein. Frat Grenade. Ja, Frat Grenade, hä? Aber du hast so geworfen, dass es reingelaufen ist. Nein, das kannst du per Google nicht finden. Ich wollte eigentlich jemand andrennen, der ist davon weggeraunt und ich dachte, ich erwische niemanden. Ach so, ja gut. Aber ich hab den Molly nicht gefunden. Ja, so Feuer, Magie ist ja eine akzeptable Ersatz. Aber irgendwie, die Traitor Fallen funktioniert irgendwie nicht. Weil, das ist so verbuggt. Welche Traitor Fallen? Exer hat schon wieder eine Diegel. Ich hab hier immer eine Diegel. Also, wenn's verbuggt ist, dann musst du dir mal das Radar auf der Karte angucken. Wollt grad sagen... Ist jemand von euch gerade auf dem Turm? Ich nicht. Das Radar auf der Karte. Alter, das Radar, wenn du das hier kaufst, das ist einfach mal so kaputt. Das ist wirklich kaputt. Das ist so ein bisschen wie wenn du RTL guckst. RTL oder RTL 2? Ey, das war so. Ja, das eine ist noch schlimmer als das andere, aber... Hast du gerade Feuerschaden bekommen? Ich? Äh, nein. Ne, Hesselhoff. Hätte ich das bekommen sollen? Ne, aber... Weiterei. Also, schießt mich an. Ja, das hab ich getan, weil für diese Frage war... Keine Ahnung. Verstehe, verstehe. Von was wollte ich Feuerschaden bekommen, außer von dir? Ne, wegen der... Ich hätte jetzt ne Idee, wie ich ihn töten hätte können. Ne Idee, wie ich ihn hätte töten können. Oh, hier ist auch jemand. Oh, da ist was runtergefallen. Ja. Na ja. Entweder ist es Echse, weil der ist so still, oder Jonathan. Gute Logik. Finde ich ausgereift. Ist auf jeden Fall die Chance 1 zu 5, dass es jemand von uns ist. Ah, er ist schon tot. 1 zu 4. Oh, oh, oh. Warte mal, warte mal, warte mal. Das sehen aber nur die Traitor, dass schon jemand tot ist. Ich hab's gehört. Irgendwo... Naja, okay. Aus der Entfernung. Was ist das für'n Scheiß? Wieso bist du nicht durch meine Mellenmine gestorben? Ihr habt da ne Mellenmine untergesetzt. Wo? Die Mellenmine, wieso ist die nicht hochgegangen? What the fuck? Das ist voll verpackt gewesen. Ich hab eine Etage drunter ne Mellenmine gesetzt. Neben die Leiter. An die Wand. Wieso ist die nicht hochgegangen? Hier. Hä? Ist da keine neuen Karten? Sobald da jemand in der Nähe ist, geht die automatisch hoch. Wieso ist die nicht hochgegangen? Ja, auf jeden Fall gehts hier hoch in der nächsten Folge. Also bis dann. Tschüss.